Ich erhoffe mir von der nächsten Legislatur mehr Respekt vor Unternehmertum. Ich meine nicht, dass der Respekt komplett gefehlt hat. Ich glaube schon, dass es Respekt gibt, aber es gibt ein gewisses Misstrauen, welches ich verspüre, gerade gegen den Unternehmer, insbesondere vielleicht auch gegenüber größeren Unternehmern, aber auch gegenüber kleineren Unternehmen. Wir werden sehr kritisch gesehen von der Politik. Uns wird nachgesagt, dass wir nur im eigenen Sinne handeln und es wird zu wenig berücksichtigt, dass wir auch wirklich wichtige Aufgaben für die Gesellschaft und auch in der Gesellschaft erbringen und das natürlich verbinden mit einem unternehmerischen Erfolg. Dieser unternehmerische Erfolg gibt dann wiederum die Möglichkeit, auch etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Und dieser Zusammenhang, dieses Verknüpfen von Gesellschaft und Unternehmertum, das ist das, was ich in Brüssel, aber auch nicht nur in Brüssel vermisse.